So, hi, herzlich willkommen. Wir haben ja am Sonntag letzte Woche hier das Bienenvolk durchgeschaut und uns das angeschaut, wie jetzt die Bienen auch nach der Brutentnahme dran stehen. In dem Video habe ich ja noch gemeint, hey, da sind tatsächlich noch Varroa-Milben auf der Biene drauf. Da haben wir damals gesagt, wir müssen auf jeden Fall mit der Ameisensäure nochmal nachlegen, weil einfach der Varroa-Druck da noch drin ist. Und ich habe euch eine Windel reingesteckt am Sonntag. Das heißt, heute gucken wir uns das Ergebnis an. Wir haben heute Freitag, den 23. September. Also sprich Sonntag reingesteckt die Windel, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das sind fünf Tage und unsere Windel ist jetzt hier fünf Tage drin. Und jetzt schauen wir uns halt das Ergebnis mal an von den Varroa-Milben. Und wie ich es ja vorhin schon gemeint habe in einem anderen Video, nach der Brutentnahme darf eigentlich keine Milbe pro Tag mehr fallen. Eine Milbe pro Tag ist too much. Sonne habe ich jetzt doch. Wir gehen auch mal hier hin. Da kann ich euch jetzt nämlich die Milben so ein bisschen mal durchzählen. Ihr seht, ich habe ja hier diese Quadrate hier eingezeichnet. Und da kann man es natürlich einfacher durchgucken. Hier ist ein bisschen blöd auf der Windel, dass hier die Bienen, dadurch, dass ich sie noch gefüttert habe mit Wachsresten, haben die ein bisschen was runtergeschmissen. Wird es hier nicht so einfach, die Milben zu suchen. Aber man kann ja trotzdem systematisch durchgehen. Hier auf dem Quadrat ist keine Milbe zu sehen. Auf dem Quadrat hier schaut es da aus. Das ist ja auch nur Dreck. Da sehe ich auch keine Milbe. Wie sieht es mit dem Quadrat hier aus? Auch keine Milbe. Jetzt kann man übrigens auch die Quadrate immer sauber machen. Dass man das Auge verliert dabei. Gar nicht so einfach die kleinen Milben noch zu sehen. Hier ist eine Milbe. Eine junge. Also das war jetzt schon mal Nummer 1. Hier, ich zeige es euch hier. Da ist sie. Das ist Milbe Nummer 1. Dann haben wir hier Milbe Nummer 2. Dann können wir schon mal Nummer 2 zählen. Der Rest ist Wachs. 2 Milben hier. 3 Milben. 4 Milben. Dann auch sauber. 5 Milben. 6 Milben. 7 Milben. 7 Milben. 7 Milben. 8 Milben. 1 Milben. 4 Milben. 8 Milben. 5 Milben. 7 Milben. 4 Milben. 8 Milben. 5 Milben. Da ist nichts. Jetzt drehen wir das Ding mal rum. 9 Milben. 7 Milben. 9 Milben. 8 Milben. 5 Milben. zehnte Milbe, elfte Milbe, zwölfte Milbe, 13 hier wird es schwierig weil das sehr viel gemüll drin ist 14 also wir liegen hier bei 14 Milben und jetzt machen wir halt noch so ein ding und sagen dass ich habe hier keine ölwindel gemacht also kein weiße öl oder kettensägen öl bio kettensägen öl aufgetragen bei manchen systemen ist es wichtig das zu machen bei einem home ice system geht es einigermaßen also da hat man eigentlich fast das selbe ergebnis mit oder ohne öl trotzdem kalkulieren wir immer ein paar milben und drauf also sprich wir haben jetzt hier 14 milben durchgezählt und ich würde mal sagen packt da lieber in eurer kalkulation noch mal ein paar obendrauf lass es mal vielleicht jetzt mit maximum 20 milben kalkulieren und ihr seht ja in fünf tagen ist es halt zu viel also es entspricht ja mehr wie einer milbe pro tag und jetzt müssen wir nach behandeln und das machen wir mit der ameisensäure zum thema ameisensäure und schwammtuch würde ich vielleicht das eine gerne dazu sagen dass es momentan sehr viel spinnerei im internet dass die ameisensäure zulassung ausläuft und so weiter und so fort also fakt ist die schwammtuch ameisensäure behandlungs methode die läuft erst 2027 ab und ob die wirklich abläuft oder verlängert wird und wie das ganze ding weitergeht das steht erstmal noch komplett im stern also bitte jetzt nicht irgendwie ins internet gehen und sagen ja hey wir dürfen nicht mehr mit ameisensäure behandeln das ist erst mal so nicht korrekt das produkt wird uns irgendwie erhalten bleiben und ja die zukunft wird entscheiden wie es dann eben weitergeht aber in allen fällen haben wir noch mal viele viele jahre wo wir das schwammtuch einsetzen können die 85 prozent ist verboten worden bei uns in baden württemberg kann sein dass sie noch ein paar bundesländern erlaubt ist ich weiß es nicht in meinem fall baden württemberg kann ich jetzt nur diese ameisensäure nehmen das ist die 60 prozentige atmosfett ameisensäure wer mich jetzt hier immer sieht in den videos wie ich mit diesen säuren hantieren tue da bitte immer berücksichtigen ich mache das tagtäglich das ist für mich wie mit wasser arbeiten ich weiß auch wo ich hinlangen und wie ich da luft anhalte und so weiter und so fort aber prinzipiell muss ich natürlich das kleine video festhalten ich arbeite hier mit säuren oxalsäure ameisensäure und milchsäure und da gehört eigentlich die entsprechende schutzausrüstung dazu handschuhe an brille an atemschutzmaske aufziehen und aufpassen dass ihr das zeug euch nicht ins knie kippt oder irgendwo in gummistiefel rein das kann zu verätzungen führen und die wirkungsweise von der ameisensäure die funktioniert über zweierlei ebenen das eine ist dass die ameisensäure durch die verdunstung schittin angreift also säure geht auf organisches material los die biene ist war es ist organisch die war rohr milbe ist organisch und durch diese verätzung von dem schittin panzer wird der milden panzer so geschädigt dass sie stirbt aber die biene wird einfach nur angegriffen von ihrem panzer das heißt es ist auch nicht gesund für die biene muss man ganz klar sagen jede warrohrbehandlung außer der brudentnahme macht immer irgendwie einen weiteren biologischen eingriff rein also einmal der panzer der biene wird dünner gut ist das nicht aber besser wie zu viel milben drin in allen fällen und das zweite ist die azidose das ist die übersäuerung der hämolymph und das kann die warrohr nicht ab und die biene kann diesen verschobenen ph wert gerade noch so ab wir nehmen für die ameisensäure ein lappen ich glaube ich muss das hier um kippen ich habe es noch nicht in mein richtiges gebinde rein gekippt also ich halte von verdunst das system gar nichts das was ich mache ist immer eine kurzzeitbehandlung mit erschwindem schwammtuch und bei der 60 prozentigen ameisensäure hier können wir jetzt auf 40 milliliter hoch gehen mit unserem lappen und das gibt man ja da zurück entschuldigung wenn übrigens immer in meinen videos irgendwie krankenwagen und polizei da vorbeifährt das kann ich nicht ändern manche bienenstände sind auch irgendwie in dörfern nebendran wollten wir autoverkehr ist aber ich hoffe das stört unsere videos hier nicht so dann haben wir hier unseren schwammtuch und das kommt dann mittig aufs bienenvolk drauf hierbei ist jetzt wichtig dass wir die bienen etwas runter rauchen weil die sollen jetzt auch nicht komplett kontakt mit der säure bekommen und auch wichtig ist dass ihr wenn ihr säurebehandlung macht dass das bienenvolk unten keine schieber drin hat also alle windeln müssen gezogen werden die brauchen luft bei der aktion so 60 prozentige ameisensäure in kurzzeit schwammtuchbehandlung ihr seht wie ich das mache das wird hier immer in schneckenform aufs bienenvolk drauf gekringelt ich nehme auch das mit einer spritze besonders aufpassen dass ihr nicht hier so eine spritzung ins bienenvolk direkt macht und dass die bienen direkt abbekommt dann verätzt die komplett ganz blöde idee so sieht das schon mal gut aus bei dem home hive system ist übrigens auch hier mit der behandlung eine besonderheit weil ihr seht da ist ja eine ganze zarge jetzt zwischendrin der honigraum und bei der ameisensäure viele imker berichten nonstop von brutschäden da wundert mich nichts wenn ihr die ameisensäure auf die brutkammer legt dann habt erhalten brutschaden wenn ihr mit schwammtuch behandeln tut oder auch mit dem dispenser oder wie auch immer guckt halt dass ihr ein bisschen abstand zur brut habt je höher der abstand desto weniger sind die schadwirkungen in die brut rein selbstverständlich muss man natürlich berücksichtigen dass wenn es nicht direkt auf der brut auf liegt auch die wirkung nicht diese masse mitbringt wo die warrohrmilben dann komplett raus fliegen aber man muss eine behandlung immer so ein bisschen sehen wie eine krebstherapie wenn man zu viel macht dann ist es halt überhaupt nicht gut wenn man es gar nicht macht dann ist es auch nicht gut irgendwas muss man tun man muss aber immer irgendwie in der waagschale bleiben zwischen milben die die bienen noch kompensieren können und behandlung und immer daran denken dass jede behandlung ja auch eure bienen das leben der bienen beeinträchtigt deswegen muss man da einfach ein bisschen vorsichtig hingehen an das thema so wir machen jetzt september die as also so wird es jetzt behandelt der lappen ist übrigens in zwei tagen komplett verdampft also sprich die flüssige ameisensäure geht jetzt in gasform über und von der gasform verbreitet sich dann das ins bienenvolk rein die verdampfung der ameisensäure schwerer als luft das heißt es geht immer nach unten deswegen legen wir die ameisensäure auch oben aufs bienenvolk auf weil die dämpfer durchs volk von oben nach unten durchwandern behandlungszeitraum also sprich die mortalität der milben wird jetzt hier über die nächsten ein bis zwei wochen am intensivsten sein das heißt nicht wundern dass wenn jetzt zum beispiel eine woche nach einer ameisensäurebehandlung die windel einlegt dann habt ihr nicht das richtige milbenergebnis das sind immer noch die nachwirkungen der ameisensäure auf die milben das heißt wir können es bei dem bienenvolk erst in spätestens 14 tagen auch wirklich wieder eine normale windeldiagnose stellen ja die nächsten tage wird es voll übrigens noch gefüttert ich habe die gestern schon mal ein bisschen vor gefüttert mit ein paar schalen das habe ich jetzt nicht auf band festgehalten ich mache euch aber die richtige fütterung noch hier aufs band drauf und ja in 14 tagen sehen wir uns hier sowieso wieder am sonntag und gucken das bienenvolk durch und dann schauen wir uns da auch noch mal die behandlungs wirkweisen an ob das auch wirklich alles so funktioniert hat ich würde sagen bis zum nächsten video macht gut